Yo Leute, was geht? Das hier ist das 13. Video der Sommerferien und heute gibt es die fünfte Folge von Challenge. Heute wieder an Charter 3 und ich blende euch die Challenge jetzt eben ein. Und zwar darf ich nur mit der G-Mall spielen, auf Sensi 10 und muss eine Raserei machen. Granaten darf ich auch benutzen, aber sonst nichts, deswegen hier meine Klasse. Ja, ich habe keine bessere G-Mall, glaube ich. Und ich spiele mit Teufelscare, weil mir die Munition ausgehen wird, falls ich das schaffe. Ja, Aufflugplatz hier. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie die Gegner sind. Mal gucken. Und noch steht es 1 zu 3 für euch. Ich hoffe, dass ich heute mal wieder ein bisschen herankommen kann. Wird wieder schwierig, weil Sensi 10, das ist, keine Ahnung, nur mit G-Mall ist ja schon ein bisschen schwerer. Aber mal gucken, ich zeige euch mal eben, dass ich auch Sensi 10 drin habe und euch nicht verarsche hier. Über Live-Kommentaries ist das immer so, dass ich mich auf irgendwas konzentriere, außer aufs Gameplay, ich weiß nicht. Und dann verkacke ich meistens. Deswegen kriege ich auch gar nichts mit, was ich so spiele. Ich hoffe, der Ring dreht sich da jetzt nicht eine halbe Stunde. Hallo, ich will starten. Starte doch, du Pene. Auf jeden Fall danke an Colder Russia für die Challenge. Und ich hoffe, dass ich das jetzt packe, ne? Ich spiele die G-Mall ab und zu mal, aber naja. Die war früher viel besser, die wurde ja immer so gepatcht und so. Oh, kann es jetzt mal losgehen? Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob mit oder ohne Intro. Moment, ich gucke eben. Oh, noch nicht. Es geht los, meine Freunde. Und ich habe Black Screen und es ist mit Intro. Und hier, ich zeige euch eben. Da, Empfindlichkeit 10. Ich habe noch nie damit gespielt, Achtung. Kacke, ey. Soll ich denn das machen? Hoffentlich sind die Gegner nicht so gut. Diese unteren beiden von denen sind in Zweierlobby. Wir sind schon in Unterzahl. Es ist gut, dass wir in Unterzahl sind. Ja, ich darf nur Kills mit der G-Mall machen. Mit dem Kanaken. Super. Oh, Alter, habe ich Glück gehabt. Ich muss mich hier irgendwie einnisten. Pff. Es ist ja voll schwer. Oh, Spaß. Ich hätte gedacht, dass es einfacher ist. Boah. Ich habe ja voll vergessen, was zu sagen. Ich hätte echt gedacht, dass es einfacher ist. Aber ich muss ja punkten hier. Wie? Ich habe den ja gar nicht gekillt. Super. Wie soll ich das denn auf Flugplatz machen hier? Ich muss immer über den Gegnern pumpen. Boah, ey. Freunde. Aber es ist eigentlich machbar. Ich schätze das jetzt. Ich stufe das mal alles machbar ein hier. Ich muss den nur irgendwie von den Dingern wegflanken, aber von den Autos wegflanken, aber ich weiß gar nicht, wie ich das hier anstellen soll, weil die Empfindlichkeit so krass hoch ist. Guck, ich treffe ja nichts. Guck, ich treffe ja nichts. Nein, komm bitte nochmal hoch. Oh. Komm bitte, komm doch hier. Ja, komm. Nein, was? Oh, dem hat doch nur eine Kugel gefehlt, Mann. Ey. Was ist denn jetzt los? Ich habe wieder Black Screen, Alter. Ey, das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Ich hasse gleich aus, ohne Witz, ne? Hallo. Ja? What the fuck? Okay, ich habe auf jeden Fall drei Wunden. Ich hoffe, jetzt geht es mal hier. Immer diese Scheißprobleme. Man kann das nicht mal... Weißt du, die können... Keine Ahnung. Solche Firmen wie Notedock, die können immer irgendwas rausbringen, was Geld kostet. Ja, immer. Aber wenn es mal darum geht, eine Kleinigkeit zu patchen, die schon seit drei Jahren da ist, ne? Nö. Geht nicht. Muss immer wieder neue Bugs geben. Naja, hat der dann noch noch jetzt funktioniert? Ich habe eine Dreier-Streak. Ich brauche meine Rauchbombe auf jeden Fall. Ich brauche sie einfach. Ich brauche keine Afgainer-Base. Boah, nee, oder? Das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Naja, okay, ich habe noch genügend Zeit, eine Raserei zu schaffen. Ich brauche nur die Rauchbombe. Ich gehe mal da hinten zum Schatz, wo mir die Rauchbombe... Wenn ich dann auf einer relativ guten Spreak bin, dann geht das schon. Jawohl. So, dann muss ich eben gucken, dass ich noch die anderen hole. Jawohl. Boah, jetzt habe ich die Rauchbombe schon. Okay. Okay, läuft gerade eigentlich. Es geht schon, klar. Es geht. Freunde. Vielleicht kann ich ja mal auf ein 2 zu 3 herankommen. Noch steht es 1 zu 3, wie gesagt. Genug Zeit habe ich von den Kills her, sage ich mal. Das meint er nicht ernst, dass er mich noch geschlagen hat, oder? Ey, das gibt es echt nicht, Mann. Egal, ich kann es immer noch schaffen. Ich muss mich nur mal jetzt konzentrieren. Ich habe die Rauchbombe. Ich muss ein bisschen defensiver spielen. Ich habe ja die Zeit. Mein Gott, ey. Das Problem ist nur... Zum Beispiel gerade, ja. Er schlägt mich über 100 Meter, zoomt er sich irgendwie ran. Nice. Und das Ding ist, weil wenn ich R wäre, ne? Und mich irgendwie noch schlagen wollte, ich habe so eine Mannstoppwirkung, wenn so einer mir die G-Moll-Bus in den Oberkörper ballert, ne? Aber nee, juckt den nicht, ey. Guck mal den. Boah, mein Name, ey. Guck mal, auf einmal ist... Den habe ich gekehlt? Mit einem Headshot. Er stellt sich einfach vor mich und ich baller immer jeden Schuss in den Headkopf. Ja, okay, es ist gerade dumm gelaufen, man. Ich konnte nicht so schnell hier gehen, man. Fuck, ey. Komm, ey, 10 Kills jetzt. Das ist easy drin, ne? Das war nur gerade Pech. Wenn ich mich jetzt... Nein, ich muss den killen, man. Ach, ich darf ja gar nicht hatten, ne? So. Ich gehe mal in den Headshot stehen, Alter, damit er mich nicht trifft, ey. Jetzt gehe ich aber auch mal zu dem. Wo ist er? Boah. Empfindlichkeit 10 ist... Wenn man immer, wie ich, auf Empfindlichkeit 4 gezockt hat, schon sehr schwer. Nein! Boah. Danke. Ich darf ja nicht punchen, glaube ich. Ich komme jetzt wieder ein. Und die Rauchmaube wollte ich jetzt nicht einsetzen. Das wäre zu schade gewesen. Auf einer Einsatzstreak. Muss ich unbedingt kriegen. Sauber. Sauber, komm. Nein, Alter, ich habe fast keine Muni mehr. Ich muss den irgendwie killen. Ja, jetzt schnell die Muni holen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein! Geht noch. Was? Jetzt muss ich irgendwie einen killen und dann die Muni holen. Ja, das ist doch jetzt wieder scheiße, oder? Ach, Junge, was soll denn das? Hm. Ja. Super, da sind jetzt drei Gegner. Ich kann schön reinballern, ne? Guckst du dir an? Ey. Ich spiel's mit der Parama eben, ne? Ich muss einen, ich muss einen killen. Komm, bitte verzeiht es mir, wenn ich den jetzt eben kille. Und jetzt muss ich meine G-Mor... Die G-Mor kriege ich ja gar nicht wieder, das war mega dumm. Oh, was mache ich denn jetzt, man? Ich glaube, hier spielt gar keiner... Doch, korrekt. Oh, ist das ja auch noch ein Gegner? Doch nicht. So, Freunde, dann mache ich halt ein kill mehr als die Raserei. Oh, oh. Ich wollte nicht die Raupe mal einsetzen. Komm schon. Stirb doch mal. Ist das jetzt hier der Ernst? Da sind vier Leute vor mir. Ey, das ist jetzt nicht der Ernst. Was ist das jetzt? Das hatte ich noch nie so eine Position hier. Ey, wir sind sie 10. Ich kann das gar nicht so richtig... Jetzt snipet er da... Boah, Alter. Jetzt snipen sie da hinten, man. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Vor allem, ich muss den mal einen killen. Ich habe gleich wieder keine Muni. Okay. Das Ding ist, die kommen auch nicht weg. Komm, ich habe jetzt noch zwei Bursts. Was soll ich machen jetzt? Ich hole eben eine Granate oder so. Ey, das ist doch... Das kann da jetzt nicht an der Munition scheitern, Mann. Scheiße, ich weiß auch gerade gar nicht, wo Granaten liegen, Alter. Das liegt hier nicht irgendwo rein. Fuck, Alter. Komm, hier muss doch irgendwo eine Granate liegen. Oder ich muss einen töten, und mir dann mal die Muni packen. Die sitzen doch nicht immer noch hier, oder? Ey, gib... Nein, Mann, du Fixer, Alter. Du verfickter Gangnamer, Mann. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Er gibt mir im Rollen einen Neckbreaker, Mann. Nur weil ich keine Muni mehr hatte, Mann. Okay, jetzt wird es schon mega schwer. Also, boah. Ach, das gibt es doch nicht, ey. Oh. Wie viel Pech habe ich denn, dass er mir einen Neckbreaker gibt? So irgendwie in die Ecke, irgendeine Scheiße. Komm, eines Mal konzentriere ich mich noch. Das bringt erst nichts, wenn ich einfach nichts mehr mache. Ich kann es ja noch schaffen. Nein, ich wollte... Hm. Doch, komm, ich nehme mal die G-Mal. Kann ich vielleicht... Ich vergesse die ganze Zeit, die Muni da zu holen. So, jetzt Muni holen. So. Komm, Digga. Ich kann es noch schaffen, wenn ich durchziehe. Nein, komm, mach keinen Kill-Team. Sauber. So, komm, jetzt hier. Komm, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Nein. Darf ja Granaten. Jawohl. Komm, Digga. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein, nein, nein. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Dieser Wichser, Mann. Okay, ich kann es nicht mehr schaffen, Mann. Ich habe Vierer-Quote und kann es nicht mehr packen, ey. Fuck. Jetzt ist einfach Pech gewesen, Mann. Er ist wegen der gammeligen Munition da. Und jetzt kommen die so an, ey. Weil ich überlege... Boah. Das ist doch nicht sein Ernst. Wie snipet er denn, Mann? Mann, man sieht ihn die ganze Zeit nicht und dann kommt er so an. Ach, er hat 28,9, ey. Wenigstens gewinnen wir das gerade, ey. Meine KD und meine WL gehen wir in diesem Projekt so am Arsch, ne. Die sind so am Arsch, deswegen. Aber juckt mich gar nicht, ey. Ich überlege gerade, ob ich mal einfach so mal mit G-Mod oder mit Fall... Oh. Einfach mal so mit G-Mod oder Fall spiele. Ey, wieder ein Sniper, Mann. Verpiss dich, du Wixler. Ohne Spaß. Ja, aber ich mal so mit einer etwas höheren Empfindigkeit mit G-Mod oder Fall spiele. Das macht eigentlich gerade mega Bock, ey. Also hier, ich muss auf jeden Fall niedriger machen, weil ich treffe nix hier. Oh Gott, wie kann... Wie... Wie kann da kein Schuss ankommen, wenn ich von hier ihn abballe? Komm, kein Schuss an. Jetzt. Wie, der ist nicht tot. Danke. Mein Gott. Nochmal Muni holen, ja. Kurz. Ohne Schatz. Da geht ja eh um nix mehr jetzt. Och, schade, Mann. Jetzt steht's 1 zu 4 für euch. Mein Gott. Komm, ich punche ihn jetzt, Mann. Guck mal, wie... Es ist lächerlich, Mann. Er hat mindestens 2 G-Mod-Burst-Blindfire bekommen, ja. Ich schlage ihn. Wegen irgendeinem Connection oder Rollen. Passiert nichts. Das ist wieder logisch, Mann. Das ist einfach wieder logisch. So, wir haben gewonnen. Ich blende euch mal jetzt das Ergebnis eben ein. 1 zu 4 für euch. Nächstes Mal... Mal gucken, irgendeine machbare Challenge. Wobei, die hier war machbar. Ich hatte nur ein bisschen Pech. Ist einfach so. Ich hatte einfach Pech. Kann man nix kriegen. Sagen kann man aber auch nix machen. Ist einfach schade. Naja. Wie viel hatte ich jetzt? 24, 7... 25, 7... Oh. Das ist eigentlich gar nicht ganz so gut, ey. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, naja, egal. Jedenfalls würde ich dann sagen, sehen wir uns morgen. Ich hab jetzt so öfters mal Challenge gemacht, weil ich nicht so ganz wusste, was ich in Commentaries sagen soll und so. Beziehungsweise, was ich generell so machen soll. Aber, weil es sind ja die 100 Abos geknackt und da kommen auf jeden Fall ein paar Videos und dann werdet ihr das aber auch noch sehen. Deswegen sehen wir uns morgen, würde ich sagen. Und dann kommt jetzt noch der Clip und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal.